Kai Althoff ist ein deutscher Maler, Installations- und Videokünstler, Fotograf sowie Musiker. Leben und Werdegang Althoffs Werk umfasst künstlerische Tätigkeiten wie Malerei, Zeichnen, Skulptur, Schriftstellerei, Installation, Performance, Theater, Musik und Film. Ab Mitte der 1990er Jahre präsentierte Althoff seine Werke in diversen Gruppen und Einzelausstellungen, zunächst in Deutschland, später auch in der Schweiz, den Vereinigten Staaten und Kanada. 2010 sagte Althoff seine Teilnahme an der Documenta 13 kurzfristig ab, sein handgeschriebener Absagebrief wurde so zum Kunstwerk. 2016 stellte er in der MOMA 200 Gemälde, Collagen, Skulpturen und Videos aus drei Jahrzehnten zu einem Gesamtkunstwerk zusammen. Neben seiner künstlerischen Tätigkeit ist Althoff auch als Musiker aktiv. Neben Soloalben unter Künstlernamen wie Fanal oder Ashleys veröffentlichte er gemeinsam mit Justus Könke als Subtletis und mit Christoph Rath, Stefan Mohr und Stefan Abri als Workshop. Althoff lebte und arbeitete lange in seiner Heimatstadt Köln, bevor er nach New York City umzog.